Hallo meine Freunde Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT Mit dabei ist... Oh mein Schiri du bist so äthera Romeros Musa Hallo! Hallo der Suche Wir hatten da jetzt gerade in die Anmoderation reingeplappert die ganze Zeit mit Was tust du da, Paul? Ja so sitzt du hast dich noch nie hingesetzt Aiaiaia Ei Fusor, geh mal hier rein Verpiss dich, verpiss dich Eisenhut Ich bin hier mit Morse an g Environix Das könnte sexy werden alt los, geh weg Oh Gott Fuhre woman Ja, aber erblockierte mich Romeros warum bist du schon fast tot? Ähmm Und warum liegt da Struck? Du weißt, ich hab dich lieb, aber... Moris verfolgt mich, Moris verfolgt mich. Nimm mal die Schuhe hinter weg. Ich vermute, dass Eisendhut ein Traitor ist. Ich vermute, ich auch. Was denn? Warum hast du Schaden? Dein Skin haut überhaupt nicht hin, der wechselt. Moris? Der wechselt im Millisekunden-Takt zwischen zwei Skins. Ich lebe. Okay. Ich vertraue dir, bleib anlegen. Komm nach ganz unten. Komm zum Niveau. Nein, weil du vor Eisendhut genauso Schiss hattest wie ich. Was? Komm bitte nach ganz unten. Bist du das? Nee, das ist Mono. Nee. Hier oben ist noch... Komm, 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 komm. Vollziege weg. Also Romerus ist gerade mit einem Detektiv in den Aufzug gekommen. Ja, ich geh ja schauen, dann komm auf dich zu blocken. Hau ab. Moris, komm. Ich bin mit Eisendhut alleine. Steckt in der Tür fast. Eisendhut, Eisendhut. Wie kannst du mit mir alleine sein? Indem wir beide hier... Ach nein, Planlos ist. Entschuldigung, wir haben beide einen Skeletzken. Was kann ich für sie tun? Ich hab das noch so... Ah, Moment. Einer links, einer rechts. Kann ich bei ihnen ein Bier bestellen? Holzie! Alter, Alter! Ich bin zwar Detektiv im Dienst, aber... Äh... Das war im Aufzug. Das ist im Aufzug. Ich glaube, es ist Eisendhut. So, jetzt können wir gut aufpassen hier. Jetzt könnt ihr Hut aufpassen. Ja. Moris, magst du dich umdrehen? Ich dachte, ich gucke auf die Luke hier und du guckst nach da. Ja, in der Luke passiert wahrscheinlich nichts. Der scheiß Vorstuhl kommt nicht, das kannst du vergessen. Der ist schon raus. Warte, 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 der kommt, der kommt. Der ist jetzt, siehste da... Ja, der ist... Ja, der ist... Der ist aber bestimmt schon raus. Ja, stimmt. Wenn nicht eigentlich jeden erschließt, der hierher kommt, Moris. Kannst du... Ja... Nach eigenem Ermessen würde ich sagen, ne? Also Leute, Romeros ist sehr vertrautswürdig. Also nicht die Detektivs, bitte. Ne, ist super. Romeros ist vertrautswürdig. Ich bin mit Planlos an einem Fahrstuhl. Wenn nur einer von uns rauskommt, ist die... Achtung, da kommt einer, da kommt, glaube ich, einer. Da kommt, glaube ich, einer. Romeros, ich versuch dir zu helfen, aber keiner hört mir zu. Ja, ich hab verstanden, Romeros ist vertrautswürdig. Ja, holt sie, holt sie, holt sie. Bin ich immer Kopf geboren, kannst bestätigen. Lebt Eisenhut noch? Und was geht's? Ich hab nicht ganz zugehört. Ja, lebt Eisenhut noch? Weiß ich nicht. Da er Schweigehut ist, würde ich mal vermuten, nein. Schweigehut? Nein, er ist tot. Oh, Romeros, hallo. Was ist er? Was ist hier gewesen? Und er ist verfahren. Planlos ist es. Planlos ist es. Ich will aus. Nein, Planlos, Moment. Planlos war mit mir allein im Fahrstuhl. Ich wollte auch raus. Gut, es wäre zu offensichtlich gewesen, aber ich glaube... Kommen wir hier nicht anders noch raus? Moris, ich glaube, am Kopfgeburt ist einer. Ich bin die Technik, du Arsch. Okay, also Moris und Woosa sind es. Die haben wir jetzt gerade verraten. Kann es sein, dass die Tappenliste überhaupt nicht hinhaut? Ich sag's nochmal. Eier Eisenhut ist nicht bestätigt. Ja. Der einzige Proof, Innocent ist aktuell Romeros. Okay, und da El Capone Detective ist vertraue ich ihm da. Ja, er hätte mich schon 30 Milliarden mal töten können, weil wir 40 Millionen alleine sind. Okay, wer sind die beiden Detectives? Dahinten läuft einer. Tobi und ich. Wer im Kopfgeburt und ich sind Detective. Alles klar. Das heißt, wer bleibt übrig? Planlos. Hey. Holzi. Holzi und Mono, ne? Alter. Da brauchst du die Arfe. Und jedes Mal im Hintergrund muss du planlos da ein Girl from Ipanema. Ich versteh mich grad nicht. Planlos, Holzi und Mono. Wow. Der Fahrstuhl ist doch schon... Holzi ist tot. Holzi ist tot. Holzi hat Romeros getötet. Ja, ich sag's nochmal. Planlos, Holzi und ähm... Holzi ist tot. Warum ich? Ich mach überhaupt nichts. Weil Moros und ich Inno sind. Und die anderen meinen Detective. Wer hat denn dich bisher bestätigt, dass du Inno bist? Da ist einer drin. Moros und ich haben uns gegenseitig bestätigt. Wir hängen die ganze Zeit von zusammen rum und hätten uns... Mono, Mono... Mono ist Toter... Wouter. Wusa ist tot. Ich checke hier gar nichts mehr. Ich tue die ganze Zeit nur Schüsse und irgendjemand stirbt. Keine Ahnung. Mach dir nichts draus. Genauso viel mehr krieg ich auch mit. Was macht eigentlich der Fahrstuhl? Fahren. Ja, hin und her. Alter, ich häng fest. Alter. Was war'n das? Komm, äh... Ist das scheiße. Ich komme mir nicht mehr raus. Ah, leck mich doch. Du bist der einzige, der ja noch lebt, ne? Ey, ich stecke hier fest. Ja, wo? Äh... Wie komm' ich hier ra...? Äh... F***! Ich bin gleich tot. Scheiße! Hilfe! Geh weg! Geh in die Hocke, geh in die Hocke! Dein Skin passt jetzt zu deinem Schicksal. 3, 2, 1, Alter! Geh weg! Oh, du bist dann noch im Arsch. Wo ist der denn? Ach quatsch. Im Fahrstuhl. Du bist tot. Okay. Ich fühl mich wohl hier mit zwei Leichen. Planlos. Du bist der einzige, der noch lebt neben mir. Ich kann eh nichts machen, ich komm hier nicht raus. Ja, du brauchst ja auch noch mehr zu gehen. Ja, soviel dazu. Lass dich einfach töten. Nice. So eine Scheiße, warum kommt man da nicht mehr raus? Ich finde meine Ermittlung war ziemlich gut. Deine Ermittlung war ziemlich gut? Holzi, Hilfe! Alles gut, das Trader. Ja, weil wenn man Holzi um Hilfe fragt, dann muss man Trader sein. Also da hättest du noch ein bisschen nachdenken müssen. Ich glaub, du hast dich ganz aufgepasst. Morris und ich haben sehr gut ermittelt. Nein, jetzt die Waffe weg. Ja, aber Alex, du musst bedenken, wenn man daran denkt, wie wir bei der Bowlingbahn uns gegenseitig confirmt haben. Alter! Wer war das? Komm mal Kopfgeburt, ein Stein! Vogel! Schau mal, da ist eine Blume! Vogel! Kopfgeburt, du kannst ja fliegen! Vogel! Wie konntest du das Ding aufmachen? Hab ich doch gar nicht. Na! Ey, der Holzi, der ist hier lang gegangen. Na, der Holzi! Ey! Alter, Trader! Ja, Kopfgeburt war Trader. Moritz, Moritz ist bei mir, wenn ich sterbe, ist es Moritz. Moritz, Moritz ist bei mir, wenn ich sterbe, ist es Moritz. Ich hab ihn schon tot. Ich hab ihn schon tot gemacht. Moritz ist es, der hat hier das Item aktiviert. Wie planlos noch bei mir? Moritz hat das Trader-Item an. Mein Gott, die Runde war ganz schön scheiße. Aber Kopfgeburt war schon geil, ey. Stehst vor mir, machst auf. Das war wer anders, machst die nächste auf. Ey, aber ohne Mist. Ich hab nicht mehr mitbekommen, dass jeder mehr war. Weil ich dachte, ich wäre der letzte gewesen, der hier aus dem Raum gegangen ist. Ich war der Letzte. Und ich bin hier drinnen gestorben. Alter, wie dieser Tisch hier geräubert wird. Ich bin an diesem Tisch hier eben gestorben. Geräubert. Geräubert. Alter! Ich bin Detektiv. Ich bin innocent. Ihr fliegt ein Vogel. Ich fliegt ein Vogel. Ich werde beschossen. Alter. Also. Alter, Holzi. Holzi ist Traitor. Holzi ist Traitor. Wenn ich sterbe, ist Holzi Traitor. Ja. Klar. Wenn ich sterbe, ist Holzi Traitor. Das stimmt. Das stimmt. Moment. Warte. Das ist so behindert. Ich rede weiter. Ich rede weiter. Ich rede weiter. Wenn ich sterbe, ist Holzi Traitor. Wenn ich sterbe, ist Holzi Traitor. Halt, weg. Wenn ich sterbe, ist Holzi Traitor. Moment. Wenn ich sterbe, ist Holzi Traitor. Was du heute kannst besorgen. So ein Holzi sagt kein Ohr, mehr irgendwie, ne. Monoxide ist tot und die Tech-Dev, hier liegt noch ein Körper, die sind beide irgendwie ineinander drin, aber ich glaube das eine ist nur die... Aber zwei Traitors, zwei Traitors sind schon tot, oder? Zwei Traitors sind tot, ja. Okay, zwei Traitors sind tot, alles klar. Planus, ich bin hinter dir, nicht erschrecken. Ja, ich hab dich angeschossen. Aber ich hab mit dir gerade zusammen den Linkstab gemacht, deswegen... Weil... Wenn ich... Der Leichenschänder vom Dienst. Huse, warum hast du mich angeschossen? Weil ich dich für den Traitor halte, den letzten. Woher hat denn da diesen Division-Skin? Der Holzi, aha. Ja, das hab ich mir gerade wieder gekauft. Fuster war die ganze Zeit hier drin, oder? Ja, ich war die ganze Zeit hier drin. Fuster, Alter, mit dem Telefon und Holzi. Glaubt, dass du logisch bist der Traitor? Äh, sind jetzt alle auf dem Ofen? Äh, Romeros hat gerade eine Granate geworfen. Ah, Holzi, wie? Ja, geht weg, geht weg, geht weg. Okay, ist trochlich. Nein, ich dachte, er wäre Traitor. Ich dachte, er wäre Traitor. Die Ausrede war also, ich dachte, er wäre Traitor. Schatz, du bist ja weggegangen, warum denn? Ja, ich dachte, die wäre Traitor. Vor allem, heute kann ich die ganze Zeit nichts machen, weil ich es die ganze Zeit sage, ich hab's richtig in deinem Kopf gehört. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Alle auf den Tisch. Weeeeh. Heute ist der Tisch heute aber so schön leergeräumt. Ja, ich hab sie, ich hab sie, tschüss. Ja, ich hab die AWP, tschüss. Leckt mich am Arsch. Ihr könnt mich mal. Jetzt ist mal weg. Du könntest auch eine AWP. Tschüss. Ich bin weg. Tschüss. Hey, tschüss. Was ist schlafen auf hier? Stopp, ich hab 22 AP. Alter, was geht denn ab mit dir? Hey. Lol. Was war das? Warte mal, ich konfirm ihm die Leiche. Detektiv, beschütz dich mal bitte. Okay, Morrison, der war innocent. Wer hat den erschossen? Hallo? Ist überhaupt noch jemand da? Leute, ich hab Angst. Eisenhut war ein Tvelter, der hat erschossen. Er hat erschossen. Kopfgeburt. Du warst der Einzelne, der mit Eisenhut dem Tvelter da drüben haut. Ja, wer hat erschossen? Moloxide, warum schießt du auf mich? Du bist der Vogel da auf dem Hintergrund. Jetzt brauchst du die Waffe wieder. Lass mich durch! Lass mich durch, alter wübsch! Nein! 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 Oh Gott, lass es dir bloß laufen! Nein! Alter, was ist denn hier los? 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 Aus hier! Oh Gott! Ihr verdichtet euch doch alle selber, ey! Hier ist irgendjemand tot. Am Anfang sind alle Traitor. Wenn zum Waffen geht, sind alle Traitor. Was ist denn hier los? Ah, flicken! Eisenhut! Was flicken? Flicken! Boah, was? Was ist denn? Das war das für ne Runde, ey. Ich hab nichts mitbekommen und mich auf dem Klo versteckt. Jetzt bleiben alle weg vom Tisch, ich bin der Erste. Leck mich! Ich bin nicht mehr aus der Ecke vom Tisch gekommen. Lass mich durch! 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 Oh, heute gerade ein Achievement gehört! Wie das denn? One day! Oh, du hast seit einem Spiel, äh, seit einem Tag gespielt. Ich habe gerade eben in der letzten Runde... Oh fuck! Ich habe in der letzten Runde auch gefahren! Hallo? Ah, wir kennen einen! Ulti! LOL! Einen, wo schießt ihr Fernseher... Fernseher-Gesäte runter? Seriously? Moris! Du bist ein Idiot! Da war ein Traitor, Mann! Ey, hier liegt ein Toter! Hier liegt ein Toter! Hier liegt ein Toter! Scheiße! Äh, und es war... Hallo? Planos? Ich weiß nicht, wer es war, ähm... Der hatte so einen Combine-Skin. Diese weißen Gasmasken und den blauen Overall. Der ist hinten Richtung Waffen wieder gelaufen. Ich lebe doch! Pfff! 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 Sorry Eisenhut, ich dachte du wärst der Vater gewesen, der dann kam. Ich krieg wieder nichts mit hier. Pfff! Meine Waffen! Meine Waffen! Meine Waffen! Pfff! Hä, ist die Runde schon vorbei, achso. Ja, ist vorbei, deshalb läuft sie noch. Planlos! Wer lebt denn jetzt noch hier? Pfff! Okay, hier keiner mehr, das ist gut. Pfff! Ja, genau! Pfff! Pfff! Oh. Ich dachte, wer wär der Letzte denn er lebt. Schade. Pfff! Heute ist nicht dein Tag! Voll Idiot! Ja, aber jetzt weiß ich, jetzt lebt nur mit Molox halt. das ding ist doch so nützlich wie mit schlecht wie eine schuhe soße der nach scheiße schmeckt ja ja mono wie machen wir es jetzt ich hab schlechte karten mit meiner waffe komm her nein oh dein ernst so jetzt kommt neu runter Tobi du bist ein richtig dämliches Schwein weißt du was oh gute laune wir haben noch so einer schießt auf mich mit der Schülle garten wir haben wirklich die zwei letzten gewesen in dem Moment es wird schon wieder ein bisschen aggressiv so ich bin nicht mehr arzt lasst mich nicht mehr durch lasst mich raus los so ich bin detektiv wuza auf mich zu schießen wuza schießt ja ja leute 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 ey der schießt dann auf mich wer hat das jetzt angemacht also hier liegt der tote moros moros was denn ich wurde weggeportet moros moros was ist das ich habe gesagt dass er traiter wäre Hilfe ich weiß nicht was ihr da macht aber es sieht pervers aus holzi was hast du hallo was schöne geht ja holzi du bist so ein penner warum schießt du auf mich als detektiv wer ist da in der vase aber kopfgeburt ja warum dachtest du ich habe nie gesagt dass homos traiter wäre ja aber wenn du einen namen sagst dann ist sie in der Regel ja einer der gerade traiter ist so ein detektiv ist tot ein planer ist tot kann es sein dass wir die beiden einzigen sind ne also ich bin definitiv innocent das war keine antwort kopfgeburt ok ich glaube er hat gemerkt dass wir nicht alleine waren jetzt habe ich angst kopfgeburt gib mir ein zeichen aus dem jenseits wo warst du hör auf zu wichsen wenn wir aufnehmen klatschen klatschen ah ah aah oah man ey toll wer war denn in diesem Mülleimer und hat gedacht holzi holzi alter ey ich habe das torred angemacht kopfgeburt ja mich verfolg die ganze zeit so ein teleportationsloch hinter mir und du denkst ich bin ich weiter holzi hat das eigentlich einen grund warum du mich einfach so abschießt nur weil wir ineinander gesteckt haben das habe ich nicht gesehen ja holzi hat es hallo ich hab das Ich bin hier gewesen und dann habe ich Radecke schon mal rein und geschossen. Nein! Meine Waffe! Wer zieht denn da die roten Sterne hinter sich her? Ja, Wunder. Ich habe meine Tage. Wer hat meine Waffe? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Detektiv! Detektiv! Wer hat meine Waffe? Kopf gebohrt bist du oder bist du eine Scheiß-Map. Alter! Kopf gebohrt ist Triter! Stimmt doch gar nicht. Wo ist der Kopf gebohrt? Doch, stimmt. Oh. Geht so eine Tür eigentlich wieder auf? Oh. Ich glaube nicht. Heißt das man theoretisch isolieren? Warum schiebst du auf mich? Alter! Ey, ich war das nicht. Ich habe Optan ausgeschossen. Oh. Romerus, warum schleppst du die Leiche von Kopf gebohrt mit dir rum? Ich bin Leiche. Lass mich. Was hast du letztes Mal auch mit mir gemacht? Du hast meine Leiche genommen und mich wiederbelebt. Dass du Traitor warst und ich auch. Ja und ich hatte letztes Mal schon Eisenhut in der Hand. Achso, du bist Eisenhut. Ich hatte dich aber auch schon ein paar Mal. Hey! Was ist das? Ich wusste es. Warum hast du auf mich geschossen oder weil ich um die Ecke gelaufen kam? Weil du um die Ecke gelaufen kannst. Ich wusste was. Das war kein Symbol. Ich habe schon oft Leiche missgenommen, auch wenn ich innocent war. Auch im richtigen Leben. Romerus ist ja quasi ein Leichen-Gender. Ja, ich habe doch gesagt, ich bin Leichen-Gender. Au! Der Stuhl hat mir weh getan. Ich wollte den Kopf überhaupt rausschmeißen aus dem Flughafen. Was habt ihr alle gegen mich verdammt? Nein, ich wollte mich überhaupt erleben. Juhu, ich bin Detective. Aufgeburtes Detective. Aufgeburt. Alter! Man, lass doch mich ruhig. Auf welcher Uni warst du denn? Alter! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hey! Upsa! Sorry! Mach mal! Ich habe nur überlegt, ob ich die Handschellen anlege. So, Wooser war innocent. Wer bist du? Ich bin ein Detektor. Uah! Du schießt einen auf mich! Der ist unten gewesen, oder? Hm, ich glaube. Boah. Ähm, Pfizer? Ich will ja nichts sagen, aber die Bamba hat mich grad mitten in der Wand gepackt. Ich komme nicht mehr weg. Was? Ich sitze fest. Bäh. Bist du zufrieden Traitor? Nein. Das ist ja das Problem. Wobei eigentlich kann ich so zufrieden sein, dass ich traut bin. Ah, sehr schön! Alles klar weg. Ja, äh. War ich schon runter? Ja. Wer ist mit einer größeren Map? Bars food? Naja, nee, Kakariko. Ich würde sagen, der Boris moderiert erst mal ab, würde ich sagen. Ja, genau. Auf Wiedersehen. In dieser Folge wurde gezeigt, wie man TTT nicht spielt. Diese Folge wurde ihm präsentiert von Kakariko.